Er segelte durch drei fantastische Abenteuer. Jetzt stellt er sich seinem Größten. Mega-Blockbuster. Ihr seid Jack Sparrow. Fehlt da nicht irgendwo noch ein Captain? Auf der Suche nach ewiger Jugend. Die Quelle führt dich in Versuchung. Findet er neue Gefahren. Gehört alles zum Plan. Klar soweit. Du spinnst doch. Johnny Depp. Penelope Cruz. Warum steht immer etwas zwischen uns, wenn wir uns begegnen? Willkommen an Bord seines vierten Abenteuers. Die Free-TV-Premiere. Pirates of the Caribbean. Fremdige Zeiten. 20. Oktober pro 7.